Beim Stichwort Technik wird gemeinhin an mehr oder weniger komplexe Maschinen, Geräte oder Werkzeuge, also an deren Materielle bzw. im Fall der Informatik und ihren Softwareprodukten auch immaterielle Dimension gedacht. Wer für eine Bildersuche im Netz den Begriff Technik eingibt, sieht etwa folgendes. Mit anderen Worten, Technik scheint vor allem Artefakte, gemachte Objekte zu bezeichnen. Aber was hat dann Technik mit Geschlecht zu tun? In der Techniksoziologie gibt es neben dieser sogenannten Engen auch eine weite Definition von Technik. Letztere umfasst neben der Artefaktdimension auch eine Handlungs- und eine Wissensdimension. Handlungen als technisch zu verstehen, meint nicht nur den konkreten praktischen Umgang mit technischen Artefakten, wie etwa dem Computer, sondern auch ein zielgerichtetes, regelhaftes und kompetentes Agieren, wie es in Begriffen wie der Kochtechnik, der Maltechnik oder auch der Stricktechnik zum Ausdruck kommt. Die Wissensdimension von Technik umfasst zudem Wissen und Können im technischen Tun, also technisches Know-how, aber auch gesellschaftlich verbreitete Wissensbestände und Deutungen über Technik, wie Vorstellungen über IngenieurInnen, Wissen über die Tätigkeit, Softwareentwicklung oder auch Deutungen über den Zusammenhang von Informatik und Geschlecht. Technik scheint nun auf den ersten Blick neutral und unabhängig von der Gesellschaft zu sein und ausschließlich physikalischen Naturgesetzen zu folgen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass jede dieser drei Dimensionen von Technik gesellschaftlich mit Bedeutung aufgeladen wird und dabei auch mit Geschlecht bzw. Männlichkeit oder Weiblichkeit assoziiert wird. Nehmen wir zum Beispiel technische Artefakte. Rein technisch-funktional betrachtet gibt es kaum Unterschiede zwischen einem Bohrer und einem Handmixer. Das erste Gerät entstammt jedoch der oftmals Männern vorbehaltenen Sphäre des Heim- und Handwerkens, das letzte jener, der noch immer eher von Frauen dominierten Sphäre des Kochens und Haushaltens. Dass ein Bohrer eher als ein männliches und ein Handmixer eher als ein weibliches Artefakt wahrgenommen wird, kann also kaum an ihrer jeweiligen technischen Funktion liegen, wird aber allen Gesellschaftsmitgliedern schon durch das entsprechende Produktdesign vermittelt. Eine Tatsache, die nicht zuletzt dann augenscheinlich wird, wenn man die Geschlechtersprache der Produkte einmal umdreht, wie schwedische DesignforscherInnen rund um Karin Ehrenberger mit ihren Prototypen Mega-Hurricane-Mixer und Drill Dolphia getan haben. Wie die begleitende Studie gezeigt hat, wurde der Drill Dolphia von Testpersonen oft gar nicht als Bohrer erkannt und wenn, dann wurde ihm die nötige Kraft abgesprochen, ordentliche Löcher zu bohren. Schon dieser Befund gibt einen Hinweis darauf, wie auch die Beurteilung von technischer Leistungsfähigkeit nicht unabhängig von Geschlechterassoziationen erfolgt. So erlaubt es, der kompetente Umgang von Männern mit technischen Artefakten, diese als technisch kompetent auszuweisen und sich ihrer Männlichkeit zu versichern. Während der kompetente Umgang von Frauen mit einem technischen Küchengerät diesen nur höchst selten als Ausweis gereichen dürfte, als technisch versiert oder gar begabt angesehen zu werden. Die Einsicht, dass Technik mit Geschlechtervorstellungen aufgeladen ist, hat die Technik- und Geschlechtersoziologin Tanja Paulitz zum Anlass genommen, danach zu fragen, ob und wie das fachliche Selbstverständnis in den Technikwissenschaften mit Geschlechtervorstellungen verknüpft ist. Und zwar zur Zeit ihrer Etablierung im deutschsprachigen Raum, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Paulitz' Analyse der sich herausbildenden technikwissenschaftlichen Selbstverständnisse zeigt, dass es gar kein einheitliches und überzeitlich stabiles Bild des Ingenieurs gibt, sondern historisch variable Vorstellungen von dem Technikwissenschaftler oder Ingenieur, die sich in flexibler Weise auf zeitgenössisch verfügbare Männlichkeitsvorstellungen beziehen. So wurde der Ingenieur in der Mitte des 19. Jahrhunderts zunächst als Maschinenwissenschaftler entworfen, den vor allem sein vernunftgeprägter, objektiv-neutraler Verstand auszeichnete, wie er nur rationalen Männern zuerkannt wurde. Frauen dagegen wurden als emotionsgetriebene und körperliche Wesen und damit ungeeignet für die Maschinenwissenschaft angesehen. Mit der Wende zum 20. Jahrhundert wurde dann jedoch ein anderes Berufsbild dominant, nämlich jenes des Mannes der Tat, der nicht länger durch rationalen Geist glänzte, sondern als Genie für sein Talent, seinen Erfindergeist und sein technisches Gefühl gefeiert wurde, wie es wiederum nur besonders begabten Männern zugestanden wurde. Diese und viele weitere Forschungen können also zeigen, dass Technik und Geschlecht keine abgeschlossenen Phänomene sind, sondern in Relation zueinander gesellschaftlicher vorgebracht bzw. co-konstruiert werden. Daraus folgt erstens, dass es stets kontextspezifisch zu analysieren ist, wie Technik geschlechtlich kodiert wird, wann, wo und wie etwa welches Artefakt als männlich oder weiblich gilt und wie Technik dazu beiträgt, Männlichkeit und Weiblichkeit herzustellen. Zweitens folgt aus dieser Einsicht, dass die Verknüpfung von Technik mit Geschlecht gesellschaftlich begründet und sozial konstruiert ist, dass diese Verknüpfung grundsätzlich auch anders sein könnte und veränderlich ist.